Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur socialmedia.a slash visuelle kommunikation vorlesung beziehungsweise zum ersten stream wir befassen uns heute mit zwei themenbereichen zum einen ein etwas detaillierterer blick inklusive timeline und den wichtigsten highlights den bedeutenden entwicklungen im bereich historische entwicklung von social media social media plattformen sind zwar eine wenn man es mit etablierteren medienformen vergleicht natürlich recht junge mediengattung nicht ganz so jung wie ei generierte bilder aber haben gerade mal rund 20 25 jahre sozusagen nicht ganz das werden wir heute auch in anderen jahreszahlen sehen hinter mediengeschichte hinter sich nichtsdestotrotz ist in dieser zeit sehr viel an weiterentwicklung passiert ich habe schon in unserer ersten einheit im hörsaal angedeutet natürlich sind die technologische weiterentwicklung des internet und social media formate social media plattformen beziehungsweise auch andere online formate natürlich eng miteinander verzahnt das internet das internet protokoll war von beginn an gedacht als universelles datenübertragungs protokoll also sozusagen nicht jetzt per se festgelegt auf textübertragungen sondern genauso geeignet für sämtliche arten von multimedia inhalten also bild oder bewegt bild allerdings waren in dieser frühen ära die internet leitungen noch wesentlich langsamer und sie wissen ja auch wenn sie einen ein größeres video an jemand schicken müssen dann tut die e mail nicht da müssen sie schon systeme oder services wie dropbox oder wie send it bemühen und beginn mit diesen relativ langsamen internet leitungen war das internet ein sehr stark textlastiges medium mit zumindest in den ersten jahren relativ klein formatigen bildern später kamen dann bewegt bilder dazu sie werden auch noch sehen live streaming eigentlich eine der technisch anspruch anspruchsvollsten und unter komplexesten publishing formen im internet gibt es auch schon eine ganze weile aber das hat sich natürlich mit schnelleren leitungen auch mit besseren technologien parallel entwickelt und selbstverständlich kam dann auch noch mit der erfindung und beziehungsweise mit dem markteintritt des ersten iphones kamen die smartphones dazu wohl ohnehin eine technologie die unser leben auf vielfache weise sehr sehr stark beeinflusst im kontext von social media war das dann noch mal sozusagen ein ganz wesentlicher entwicklungsschritt zum einen mit der popularität von smartphones kam es oder betrat eine sondern das nennen welle von second wave social media plattformen die bühne nämlich mobile first plattformen in erster linie ist hier instagram zu nennen später dann auch snapchat die sich von beginn an vom launch vom design der app ganz auf die nutzung am mobiltelefon konzentriert haben und das ermöglicht natürlich noch vollkommen andere szenarien social media da sie auf ihrem smartphone installiert haben oder services die auf dem smartphone verfügbar sind können dann natürlich auch für diverse geolocation zwecke benutzt werden heute also ein wenig rückblick auf diese timeline und dann möchte ich ihnen so viel sozusagen zum social media teil und dann möchte ich ihnen zum zweiten auch ein paar grundlagen über visuelle kommunikation erzählen beziehungsweise die drei hauptpfeiler dieses studiengebiet mit ihnen durchgehen wie bereits gesagt für unsere social media teilnehmerinnen gibt zusammenfassung und und aufzeichnung dieser einheit im moodle für visuelle kommunikation werde ich die slides die ich heute in einheit verwende hochladen bei literatur tipps dazu stellen sie schreiben mir eine übungsarbeit und geben dann keine prüfung ab ansonsten noch mal sollte es jemand vom letzten mal nicht mitbekommen haben eine kurze zusammenfassung wir haben in diesem semester ja ein eine sonder sonder organisations form dieser lehrveranstaltung zwei lehrveranstaltungen in einem doppelpack sozusagen zum einen die social media a diese vorlesung ist zwei geteilt es gibt den a teil den sie sich jetzt gerade anhören und den b teil am ende des semesters absolvieren sie eine gemeinsame prüfung über beide teile der erste prüfungstermin wird voraussichtlich an unserem letzten vorlesungstermin stattfinden ich glaube das ist der einunddreißigster jänner wenn ich es richtig im kopf aber das haben sie im kalender die prüfung besteht aus 50 multiple choice fragen für jede frage für jede richtig beantwortete frage gibt es zwei punkte jede frage hat vier antwort alternativen und es handelt sich um single choice fragen das heißt nur eine antwort ist jeweils richtig drei sind falsch sie bekommen wie gesagt für jede frage zwei punkte 25 fragen kommen von mir 25 fragen vom kollegen seglowitz sie brauchen um die prüfung positiv zu absolvieren 51 punkte also ja etwas mehr als die hälfte und ansonsten gibt es einen noten schlüssel den finden sie auch im moodle für die einzelnen noten sie können natürlich einfach zur prüfung antreten sie wissen bei vorlesungen gibt es keine anwesenheitspflicht die inhalte sind im moodle dokumentiert sie können aber alternativ wenn sie sich den prüfungsantritt ein wenig erleichtern möchten optionale übungsarbeiten abgeben im lauf des semesters zwei hier bei mir zwei im b teil diese übungsarbeiten haben sehr überschaubaren umfang so ein bis zwei wörter seiten es geht um entweder kurze zusammenfassungen reflektion zu einem video oder so wenn sie diese übungsarbeiten hochladen die werden nicht benotet sondern wir schauen uns nur an ob sie sie abgegeben haben gemäß den spezifikationen dann bekommen sie für jede dieser übungsarbeiten 2,5 bonus punkte also insgesamt fünf mögliche bonus punkte in a für beide übungen 5 in b sie können dann wenn sie möchten mit zehn bonus punkten zur prüfung antreten bräuchten dann theoretisch nur mehr 41 punkte aber wie gesagt wir haben in den letzten jahren gesehen dass die notenverteilung der prüfung durchwegs erfreulich ist ich werde ihnen die erste übungsaufgabe im anschluss an unsere heutige einheit im lauf des tages in moodle dann freischalten und wie gesagt können sie optional tun der grund warum das 2,5 punkte und insgesamt zehn punkte sind ist die unsere studien orga es ist bei vorlesungen ist es erlaubt dass man sich eben mit solchen freiwilligen übungsarbeiten maximal um einen notengrad verbessern kann weil ich selber kein kein rasender fan von prüfungen bin nutzen wir diese möglichkeit eben aus ob sie das tun möchten oder nicht bleibt ihnen überlassen nach diesen ersten prüfungstermin am ende des semesters wird es dann drei weitere termine geben die jeweils rechtzeitig im moodle bekannt gegeben werden wir alle teilnehmerinnen die ein zeugnis brauchen oder möchten für visuelle kommunikation hören sie sich die vorlesung natürlich gerne an allerdings sie treten nicht zu einer prüfung an sondern sie bekommen von mir ende oktober einen text zur verfügung gestellt ein pdf das werde ich im moodle hochladen bloß eine übungsaufgabe umfang circa sechs bis acht seiten und diese übungsarbeit ersetzt bei ihnen die prüfung ich habe es auch schon das letzte mal erwähnt wir mussten das in diesem semester deshalb recht kurzfristig so zusammenfassen weil bedauerlicherweise die kollegin die normalerweise die vorlesung visuelle kommunikation hält erkrankt ist und wir kurzfristig keinen ersatz finden konnten das bedeutet in diesem semester haben sie durchaus auch die möglichkeit falls jemand von ihnen das möchte die prüfung zu schreiben und die visco arbeit abzugeben und sie bekommen dann zwei zeugnisse für die lehrveranstaltung ja soviel noch mal zusammengefasst zum organisatorischen wenn sie dazu fragen haben natürlich gerne jederzeit eine e-mail eine e-mail an mich oder an unsere vorlesungstutoren es wird im moodle dann auch ein diskussionsforum geben auf jeden fall bei organisatorischen fragen können wir ihnen auf jeden fall weiterhelfen inhaltliche fragen natürlich auch gerne sie haben selbstverständlich auch die möglichkeit während sie jetzt hier zuhören im switch den chat zu nutzen wenn sie mich etwas fragen möchten sie irgendwas dazu anmerken möchten machen sie gerne gebrauch davon so das war jetzt mal die einleitende rede mit die donnerstagspredigt sozusagen zur vorlesungsorganisation damit hätten wir das mal erledigt also somit zu unserem ersten hauptthema die die geschichte von social media die kurze aber recht intensive entwicklungsgeschichte sind sie jetzt 20 jahre sind es 25 jahre ist es vielleicht sogar mehr nun wie sehr häufig gibt es quasi eine reihe von entwicklungen services anbietern die das spätere social media format ein wenig vorweggenommen haben aber nicht unbedingt einen klar definiert waren anfangspunkt das internet als dezentrale kommunikationsinfrastruktur und zum einen durchaus unter dem druck unter dem eindruck des kalten krieges entwickelt um eben eine kommunikationsmöglichkeit zu haben die resistent beziehungsweise resilient ist gegen die gegen den ausfall einzelner knoten das bedeutet internet sind die teilnehmenden geräte die teilnehmenden computer direkt miteinander vernetzt wenn einige dieser computer ausfallen können die übrigen dennoch weiterhin miteinander kommunizieren ohne dass eine zentrale vermittlungsstelle oder ein wählamt notwendig wäre in der praxis wie überall wenn man genauer hinschaut wird es natürlich etwas komplizierter ich vermute mal dass die meisten von ihnen sich auch keine ip adressen merken sondern eher domains eingeben also zum beispiel orf ad in ihren browser tippen wenn sie die orf nachrichten lesen möchten computer im internet erreichen sich über so genannte ip adressen das sind oder das waren zwölfstellige zahlen vier dreier gruppen jede dreier gruppe getrennt durch einen punkt das kann also aussehen wie 192 007 punkten haben sie sich ja schon gesehen und jeder computer jedes gerät das im internet teilnimmt sollten sie einen smart tv oder einen smart kühlschrank zu hause haben genauso selbstverständlich ihr telefon diverse amazon geräte alles was im internet hängt hat eine solche ip adresse und über diese adresse ja erreichen sich die geräte gegenseitig für die technisch affineren unter ihnen mit der zunehmenden popularität des internets wurde denn tatsächlich 12 12 ziffern das gibt schon eine ganze menge zahlen her wurden tatsächlich die ip adressen knapp deswegen gibt es mittlerweile einen neuen standard mit erweiterten adressen aber das braucht uns hier nicht im detail zu interessieren worauf ich hinaus will ist wenn sie oder fad in ihren browser eintippen dann passiert technisch folgendes ihr browser kontaktiert je nachdem wie sie das eingestellt haben im normalfall ihren provider wir können aber auch google nutzen und fragt dessen dns datenbank ab dns steht für domain name system und das ist nichts anderes als eine zuordnung eine lange liste in der drinnen steht diese ip adresse also diese zwölfstellige zahl gehört zu dieser domain das heißt sie typen oaf ad ein und dieses dns system liefert die information der ip adresse und durch diese ip adresse greifen sie auf den server zu würde man das dns system deaktivieren wäre der zugriff durch die domain eingabe auch nicht mehr möglich der direkte zugriff über die ip adresse dagegen schon aber wer merkt sich schon gerne eine menge langer zwölfstelliger zahlen nichtsdestotrotz auch dieses dns system ist jetzt nicht so dass es quasi eine institution gibt sondern auch das ist redundant im normalfall jeder größere provider betreibt seine eigenen dns server google und viele andere tun das auch aber in der vergangenheit wurde dieses dns system auch immer mal wieder zu zensurzwecken genutzt wenn sie als regierung beispielsweise zugriff haben auf die einzelnen provider in ihrem land und sie bestehen auf die löschung bestimmter dns einträge dann kann die betreffende domain nicht mehr aufgerufen werden außer sie kennen eben die direkte ip adresse oder verwenden alternative server solche sperrungen gab es in mehreren ländern sie nicht wahnsinnig schwierig zu umgehen ich sage es nur dazu das internet ist sozusagen keine vollkommen resiliente infrastruktur es gibt natürlich schon ein paar kann man sagen komfortfunktionen aber großen und ganzen haben wir es mit einem verteilten netzwerk zu tun ein begriff der uns heute später noch mal begegnen wird in teil über visuelle kommunikation ist das rhizome oder rhizome auf französisch oder rhizome auf englisch eigentlich ein fachbegriff aus der biologie rhizome bezeichnet ein geflecht ein geflecht das sich im regel im regelfall unterhalb von pflanzen im boden befindet das kann ein wurzelgeflecht sein das kann aber auch ein ein geflecht sein wie es pilze ausbilden dieses pilz mit seel und der punkt eines rhizomes oder sozusagen sein definierende seine haupt definierende eigenschaft besteht darin dass es keinen zentralen stamm hat sondern eben ein ja dezentrales verteiltes netzwerk ist die beiden französischen philosophen schilde löse und felix gattery griffen den begriff in ihren büchern über poststrukturalismus in den 70er und 80er jahren auf und machten ihn sehr populär eines das bekannteste das bekannteste buch heißt übrigens le rhizome eben gattery und und de leuze und natürlich auch wenn jetzt ihr ansatz oder sozusagen ihre rhizomatik wurde wurde dann diese diese art der analyse oder beschreibungsmethode auch genannt wenn sich die nicht direkt aufs internet bezieht gibt es da natürlich sehr sehr viele parallelen also sozusagen diese rhizomatische organisation ist diese verteilte organisation ist eben ganz ganz typisch für das internet die einzelnen netzwerkknoten kommunizieren wo es gibt server und es gibt teilnehmer am netzwerk jetzt wenn sie sich überlegen wie quasi informationsabruf im internet funktioniert gibt es da auch zwei grundlegende möglichkeiten und bei dem vorigen beispiel zu bleiben sie können neben ORFAT in ihrem browser eintippen dann wird diese seite aufgerufen nach dem nach dem zugriff auf die dns server und sie lesen die informationen rufen dann vielleicht noch einen weiteren artikel auf oder nicht und setzen dann ihr leben fort das ist erstmal eine klassische one way informationsübertragung das heißt sie sind der client wie zum technischen begriff heißt er auf einen server zugreift und sich dort informationen besorgt um diese zu konsumieren im wesentlichen die das technische setup des web 1.0 wenn man so sagen möchte mit mit zum einen schnelleren internet leitungen zum anderen aber auch avancierten server technologien serverprogrammiersprachen wie php kamen nach den anfangsjahren immer mehr möglichkeiten dazu für nutzerinnen und nutzer sich direkt an den inhalten zu beteiligen ganz simpler form wären das kommentare wie sie auf sehr sehr vielen internetzeiten üblich sind oder denken sie beispielsweise an diskussionsforen man registriert sich auf einem forum seiner wahl sagen wir sie interessieren sich für mittelalterliche musikinstrumente suchen sich dort nach einem einschlägigen diskussionsforum registrieren sich und da gibt es dann wahrscheinlich diverse unterforen keine ahnung lauten ukulele kein mittelalterliches instrument da können sich damit gleichgesinnten austauschen die inhalte oder die dialoge inhalte stammen von den nutzern selber das heißt da gehen wir dann eigentlich komplett weg von dem auf einer einweg kommunikationsübertragung und es beginnt tatsächlich ein dialog ein diskussionsforum ist jetzt noch kein social media service per se aber neben der technologischen infrastruktur dem internet ist eben quasi dieses editieren dieses selbst online stellen oder hochladen von beiträgen ein ganz ganz wesentlicher teil was gehört dann noch dazu ja wenn wir heute von social media plattformen sprechen bzw wenn wir an moderne social media plattformen denken dann taucht ganz schnell ein zentraler begriff auf nämlich der algorithmus und in der verteilung oder in der distribution von informationen gleich ob in analoger oder digitaler art und weise gibt es natürlich immer bestimmte steuerungsmechanismen klarerweise bei materialgebundenen bei analogen medien hängen diese sehr stark an den technologien die es uns ermöglichen räumliche distanzen zu überwinden klingt jetzt sehr abstrakt aber ganz simpel gesagt eine österreichische tageszeitung zeitnahe in der früh in alaska auszuliefern dürfte sich relativ schwierig gestalten das heißt sie haben im normalfall eine infrastruktur von zeitungsausträger amerika die zeitungsjungen beliebter beliebter job vor der schule die dieses medium physisch sozusagen zu ihrer tür transportieren mit den elektronischen medien sprich radio und fernsehen viel dieser physische transportweg weg und die technologische voraussetzung bestand jetzt sozusagen darin eine sende infrastruktur zu schaffen die möglichst großen teil des gebiets abdeckt im gegensatz zu dem internet ist diese sende infrastruktur aber tatsächlich nur auf one way ausgelegt es gibt eben keinen rückkanal natürlich gab es ich kann mich dunkel erinnern an einige wirklich grässlich ganz 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 schlimme erinnerungen an einige interaktive orf formate meiner frühen kindheit was soll ein interaktives fernsehformat sein da gab es so stories ich glaube eines war eine art theaterstück wo letztendlich die zuseherinnen während dieses stück im fernsehen lief anrufen konnten und und über sozusagen über bestimmte optionen entscheiden wie die handlung weiter ging sehr sehr mühsam technisch natürlich schwierig umzusetzen nach den elektronischen medien hatten wir eben das internet da ist es jetzt wirklich nicht mehr one to one sondern jeder kann mit jedem kommunizieren leute können ihre inhalte selber hochladen aber die frage ist sozusagen wie organisiere ich und da bin ich jetzt wieder bei den technologischen rahmenbedingungen beziehungsweise beim algorithmus wie organisiere ich die distribution dieser inhalte wir neigen ja durchaus dazu informationstechnisch gesprochen mehr abzubeißen als wir schlucken können und wenn sie jetzt ganz hypothetisch eine plattform wie facebook nutzen und sie folgen im lauf der zeit immer mehr personen sie vernetzen sich mit mehr personen dann würde ja logischerweise auch die zahl der inhalte die zahl der status update die die schlichtweg die menge der informationen die von diesen personen veröffentlicht werden zunehmen allerdings hat unser tag gemeiner weise trotzdem weiterhin nur 24 stunden also ist eine ganz entscheidende herausforderung für solche sozialen medien wie kann ich die menge der inhalte sinnvoll reduzieren wie kann ich sicherstellen oder welchen ansatz kann ich nutzen um jeden von uns aus dieser großen menge an verfügbaren inhalten möglichst die relevantesten anzubieten und eine ganz zentrale frage natürlich in der konzeption von social media ist was sind relevante inhalte was bedeutet in diesem zusammenhang relevant sie kennen sicherlich aus anderen lehrveranstaltungen die grundlagen des journalismus im journalismus speziell bei der frage wie selektieren journalisten ihre themen spielen nachrichtenwertfaktoren eine große rolle umgekehrt natürlich genauso wenn sie im public relations bereich arbeiten und sie möchten journalisten dazu bewegen über ihre themen zu schreiben dann ist es natürlich auch sehr sehr wichtig diese nachrichtenwertfaktoren zu kennen weil eben genau anhand dieser faktoren oder zumindest zu einem hohen grad anhand dieser faktoren entscheiden journalistinnen über über welche themen sie berichten die klassischen nachrichtenwertfaktoren das ist eine relativ übersichtliche liste aber eine ganz große rolle spielen dabei aktualität man sagt ja nicht umsonst nichts ist so alt wie die schlagzeile von gestern geografische nähe wenn bei ihnen zwei straßen weiter ein unfall passiert ist das relevanter als wenn es weiter weg passiert thematische nähe und so weiter und so weiter das sind im normalfall alles faktoren die sozusagen einfluss darauf nehmen wie relevant eine nachricht für uns ist es gibt aber einen weiteren faktor mit dem klassische medien nicht arbeiten können dass eben ein großes publikum ansprechen dafür social media sehr relevant ist personalisierung neben aktualität geografische nähe und so weiter sie natürlich informationen für uns besonders relevant die personalisiert sind die mit uns selber zu tun haben personalisierung kann in unterschiedlichen geschmacks richtungen daherkommen aber eine form der sozusagen durch social media plattformen technologisch umgesetzten personalisierung ist folgendes themen über die ihre freunde ihre bekannten sprechen sind vermutlich für sie auch relevant social media algorithmen gehen grundsätzlich von zwei annahmen von zwei grund paradigmen aus erstens wenn sie auf inhalte reagieren dann ist das ein indikator dafür dass sie interesse an diesen inhalten haben dieses reagieren ist in der praxis bei unterschiedlichen plattformen unterschiedlich ausgestaltet auf instagram zum beispiel gibt es keine teilen funktion sie haben die möglichkeit ein herzchen zu vergeben beziehungsweise einen kommentar zu schreiben auf linkedin facebook können sie teilen auf pinterest binnen war all diese social signals wie man das nennt führen dazu dass die jeweilige plattform ein nur eine recht je länger sie die benutzen eine recht gute vorstellung darüber bekommt auf welche arten von inhalten sie reagieren könnte man natürlich sagen eine reaktion muss ja nicht nur positiv sein und kann er genauso gut negativ auf etwas reagieren hat sich zumindest zu ergeben mit ausnahme von youtube wo es noch den dump down gibt wenn auch nicht mit öffentlichen counter verwenden alle anderen social media plattformen nur positive engagement signals das heißt das interesse wird schlichtweg operationalisiert durchs ignorieren speziell in den letzten jahren kam neben diesen expliziten social signals bei vielen plattformen ganz besonders bei linkedin ein weiterer faktor dazu nämlich die verweildauer wenn sie jetzt ein besonders vorsichtiger nutzer sind und zu denken sich nein ich will überhaupt nicht dass mark zuckerberg irgendwas über mich weiß ich schau zwar meine facebook news feed rein aber ich leike aus prinzip nichts und ich kommentiere nicht ändert das nicht wirklich drastisch etwas da diese plattformen vollkommen egal ob sie die am browser am desktop konsumieren oder in der jeweiligen ab in ihrem smartphone weil nämlich diese plattformen auch messen können wie viel zeit und zwar sogar sehr detailliert sie mit einem status update verbringen das heißt wenn sie hausnummer durch facebook macht das nicht in einem so hohen ausmaß bei tik tok ist es ganz extrem das kennen sie vielleicht auch aus eigener erfahrung die scrollen durch den tik tok viel sie schauen sich ein video etwas länger an das führt dort fast instant dazu dass sie ähnliche videos zumindest solange sie diese noch anschauen aus derselben kategorie angezeigt bekommen das heißt dieses diese summe der eigenen reaktionen explizite genauso wie konsumations verhalten führt dann eben dazu dass man sie oder dass man dass man ihre interessen besser einschätzen kann das ist die eine seite die zweite sache social media plattformen social media algorithmen nutzen die reaktionen unserer freunde beziehungsweise diese digitale abbildung oder repräsentation von netzwerken facebook bezeichnet das als den social graph linkedin spricht von business graph das heißt die digitale abbildung von beziehungen zwischen personen was bedeutet das wenn sie auf facebook mit allen ihren freunden vernetzt sind dann geht das system davon aus wenn jetzt beispielsweise ein überdurchschnittlich hoher teil ihrer facebook freunde auf ein bestimmtes thema reagiert das mit hoher wahrscheinlichkeit dieses thema auch für sie relevant sein wird das heißt diese reduktion von inhalten die auswahl der für sie geeignetsten personalisierten inhalte erfolgt anhand ihrer eigenen historie und anhand des verhaltens ihrer freunde diese filterfunktion erlaubt natürlich eine wesentlich dynamischere selektion von inhalten als beispielsweise ein personalisierter newsletter wo sie sagen ich interessiere mich für themen x y und z weil das auch sicherstellt dass wenn sozusagen neue themen auftauchen an die sie vielleicht gar nicht gedacht hätten dass zumindest wenn die in ihrem netzwerk relevant sind die irgendwann auch in ihrem newsfeed auftauchen also eine vollkommen andere art der distribution von inhalten wir denken heute wenn wir über social media sprechen sehr häufig wo ich tue das zumindest und ich unterstelle dass das auch viele viele machen an die veröffentlichung von inhalten ein twitter profil beispielsweise mittlerweile haben sie auf der domain geändert ein ex profil einzurichten geht sehr sehr flotter ist jetzt nicht rasend viel zu tun wenn man die plattform nutzt und es ist bei also aktiv nutzt als content creator und das ist bei tik tok pinterest und co nicht viel anders dann geht im wesentlichen ein großer teil der nutzungszeit für das erstellen von inhalten vielleicht auch moderieren optimieren von inhalten drauf der beginn von social media oder die plattform die mittlerweile als erste social media plattform gilt die hatte aber interessanterweise überhaupt keine publishing funktionen nicht einmal einen newsfeed oder algorithmus sondern da ging es tatsächlich um die beziehungen zwischen personen der name dieser plattform heißt oder hieß es gibt sie nicht mehr 6 degrees also 6 gerade und die launchte 1997 die idee war ebenso zu sagen die ja freundschaft sie mit die relationen die beziehungen zwischen personen abzubilden der name 6 degrees leitet sich ab von einer vor jahren schon postulierten aber bisher aus aus schwierigkeiten der operationalisierung nie bewiesenen soziologischen theorie dass nämlich jeder mensch jeden andere menschen auf diesem planeten über sechs gerade kennt über sechs andere personen sozusagen egal ob jetzt jemand was ist besonders weit weg von österreich sei mal neuseeland ist relativ weit weg von österreicher es könnte genauso gut tansania sein oder irgendein land in asien da besagt eben diese six degrees theory dass man über sechs personen quasi eine verbindung zu jedem beliebigen menschen herstellen könnte bei einzelnern wahrscheinlich schwieriger in der populärwissenschaftlichen literatur oder auch in der popkultur taucht dieses phänomen übrigens ganz gerne als der kevin baking game auf ja sie wissen der hat in sehr vielen filmen haupt und nebenrollen gespielt daher also der name der plattform 6 degrees und was 6 degrees hatte wenn es auch keine publishing und keine newsfeed funktionalitäten gab war schon eine ganze Menge anderer typische eigenschaften von social media plattformen eine registrierung und folgend auf diese registrierung die einrichtung eines profils und das ist der ganz zentrale punkt eine liste von connections bei 6 degrees hieß es auch connections also ein kontakt management system sie konnten nach personen suchen und denen dann sagen magst du mit mir befreundet sein willst du willst du mit mir gehen 1997 wirklich sehr sehr früh auch gerade in einer zeit in der dass das world wide web erst zum massenmedium avancierte nichtsdestotrotz konnte 6 degrees eine million nutzer akquirieren stellte dann aber zwei da im jahr 2000 seinen betrieb wieder an das ist ja gar nicht so unüblich das kommt ja öfter mal vor dass gerade die early early adopters die technologischen innovatoren ja letztendlich zu früh mit ihrer idee dran sind ich möchte an dieser stelle allerdings jetzt auch noch betonen in der literatur über social media gilt meistens diese sechs degrees weil es ja tatsächlich eine funktionale internetseite war und eben nicht nur eine idee als der beginn von social media tatsächlich wenn man sich fragt wo kommt diese idee her metadaten nutzerdaten zu verwenden um inhalte zu personalisieren dann müssen wir ein ganzes stück weiter zurück gehen es gab einen belgischen gelehrten forscher namens paul odley der in der zwischenkriegszeit also zwischen und zwischen ersten und zweiten weltkrieg einige hochinteressante papers veröffentlichte aber er hat nicht nur beschrieben sondern er begann auch in belgien eine art neue bibliothek zu bauen der eine die eine seiner motivationen bestand darin dass er ein sehr sehr visionärer mann wenn sie mich fragen ja bestand darin dass er bemerkte dass audio und visuelle medien filme tonaufnahmen und so weiter eine immer größere rolle spielen würden und dass bibliotheken auch auf diese multimedialen anforderungen reagieren müssten und das zweite und das wirklich sensationell wohl hatte folgende idee sie wissen ja wie bibliotheken funktionieren sie gehen dort hin wenn es keine präsenzbibliothek ist leihen sich ihr buch oder bücher aus und damit die bibliothek sie auch daran erinnern kann diese bücher gefälligst wieder zurück zu geben sollten sie das vergessen erfasst die bibliothek ihre nutzungsdaten die bibliothek weiß welche bücher sie gelesen haben und eine der ideen von polo le bestand jetzt darin dass diese metadaten doch sehr interessant wären für empfehlungen wenn jetzt die bibliothek feststellt dass es beispielsweise zwischen zwei personen eine recht hohe überschneidung an fachbüchern gibt dann könnten möglicherweise die bücher die sich nicht überschneiden wechselseitig sehr interessante empfehlungen ergeben das ist kein problem bei zwei personen bei hunderten oder gar mehreren tausend nutzern braucht das ein ziemlich elaboriertes datenmodell das sich mit analogen methoden sehr schwer umsetzen lässt bis gar nicht polo klee war aber nicht nur ein sehr umfassend gebildeter philosoph sondern auch handwerklich recht begabt und er versuchte da tatsächlich mechanische systeme sehr komplexe systeme für solche empfehlungen zu bauen wer weiß vielleicht wäre aus dieser universal bibliothek sogar etwas geworden aber der verlauf der geschichte kam polo lenik in die quere genau genommen mit der okkupation belgiens durch die nazis kam das produkt das projekt zum erliegen die machten dann aus dem gebäude weil der bau hatte tatsächlich schon begonnen wenn ich es richtig im kopf habe glaube ein munitionslager oder so und nach dem krieg ging diese ganze geschichte mehr oder weniger verloren und mein lieber kollege und freund leider viel zu früh verstorbener frank hartmann hat ein buch geschrieben über visuelle kommunikation in dem sie auch diese geschichte von polo potley sehr ausführlich aufgearbeitet finden der grund warum ich das hier in der vorlesung erzähle und das finde ich auch spannend im hinblick auf das verhältnis zwischen technologie und medienformaten nicht alles was als idee in unseren köpfen existiert ist unbedingt technisch umsetzbar denken sie an leonardo da vinci glaubt hätte er die entsprechenden fertigungstechnologien und materialien gehabt hätten seine hubschrauber durchwegs abgehoben aber das stammt alles aus der zwischenkriegszeit bzw noch vorher also es gab bereits nicht nur vor social media sondern vor dem internet durchaus schon die idee quasi wie kann man informationen nach relevanz strukturieren auf eine durchaus ja relativ ähnliche art und weise wie wir es dann eben später von social media kennen was kam dann nach 6 degrees interessanterweise wirklich eine ganze weile lang nicht viel 1999 launch dem microsoft live journal und live journal das war eine der großen blogging plattformen so ab 99 begann ja ich bin ja mal den bildschirm teilen ab 19 ja so 1999 begann ja mehr oder weniger der boom des blogs dass ich dann über die nächsten jahre ziemlich weiter fortsetzte das interessante an live journal ist es gibt die seite tatsächlich immer noch das ist glaube ich eines der ältesten überlebenden systeme hier sehen sie es nennen sich mittlerweile global community ist aber sie können sich auch 2024 jederzeit nach lust und laune hier registrieren und dann auch entsprechend ihr journal führen also quasi ein zeitzeuge nahezu ein lebender dinosaurier 2002 startete dann ein anderes service das einige weitere aspekte der social media welt wie wir sie heute kennen vorweg nehmen sollte und zwar friendster der name natürlich abgeleitet von freund und ging es bei 6 degrees eher nur darum diesen social graph abzubilden also die beziehungen zwischen personen hatte sich friends da ganz explizit auf die fahnen geheftet stay in touch also die hatten auch profil mit mit status update sozusagen bleib am laufenden darüber erfahre was ich in deinem erweiterten bekanntenkreis in deinem freundeskreis so tut 2003 auch so gesehen eine der ältesten plattformen startete linkedin das unternehmen wurde im november 2002 gegründet 2003 ging die seite dann live auch bei linkedin mittlerweile ja eine eine fully featuret social media plattform auch bei linkedin was so in den ersten paar jahren überhaupt keine publishing funktionen und keine klassischen social media profile sondern einfach nur lebensläufe in den ersten drei jahren was glaube ich war linkedin eine bloße sammlung von lebensläufen und für abteilungen natürlich mit entsprechenden suchtools kann man sagen ja 2003 da war linkedin eigentlich von den noch existierenden social media plattformen definitiv die erste aber es war in diesen ersten jahren eben keine social media plattform dieses dieser dieser pokal geht eindeutig an mark zuckerberg 2004 startete er mit facebook und ja die idee von facebook war am anfang wenn man zumindest dem was er selber drüber erzählt was literatur so sagt gar nicht so darauf ausgelegt ein breites netzwerk mit mit allgemeinem publikum und mass appeal zu werden entwickelt wurde die erste version in harvard war ursprünglich sogar nur für amerikanische ivy league studierende zugänglich und wurde dann erst in weiterer folge quasi der interessierten öffentlichkeit zur führung gestellt mit den auswirkungen die wir bis heute kennen facebook wird oft klein geredet ist aber von den nutzungszahlen da kommen wir nächstes mal noch detaillierter dazu nach wie vor das mit weiten abstand populärste social media netzwerk und da muss man nicht mal die mit eingekauften instagram und whatsapp nutzungszahlen hinzuzählen auch facebook sah damals recht anders aus vielleicht haben sie schon mal den einen oder anderen alten screenshot gesehen sie finden auch im internet ist das natürlich alles dokumentiert so sahen quasi die frühen facebook profil aus doch deutlich anders als jetzt und wie sie auch sehen können da stand sozusagen der steckbrief des nutzers der nutzerin noch weit mehr im vordergrund als die inhalte nur ein jahr später nämlich 2005 startete dann eine plattform die auch glaube ich aus dem täglichen online leben nur sehr schwer wegzudenken ist nämlich youtube youtube wurde nicht von google gegründet sondern dann später eingekauft also sozusagen die idee für jede für jeden selber videos hochladen zu können auch bemerkenswert es ist sehr kurz deswegen mache ich das eigentlich in jeder vorlesung das werde ich muss ich ihnen auch zeigen das erste video ever das auf youtube hochgeladen wurde stammt von einem der beiden gründer das video heißt me at the zoo aber sehen sie selbst ich muss nur den ton aktivieren damit sicher auch all right so here we are one of the uh elephants cool thing what these guys is that they have really 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 long um and that's that's cool and that's pretty much all there is to say der junge herr hier ist einer der gründer von youtube wie gesagt das war das erste video hochgeladen bei einem zoobesuch sie können auch hier sehen was etwas größer dieser clip hat 336 millionen views ist 19 jahre als san diego su war das und hat 10 millionen kommentare weil sie sich jetzt fragen ja eh nett aber warum ist eine ganz witzige geschichte dahinter javed also dieser dieser gründer hatte dann youtube gemeinsam einen anderen verkauft an google und google entwickelt die plattform ja laufend weiter und er hat dann immer wenn er irgendwas zu sagen hatte zu neuen feature hat er das meistens hier als kommentar bei diesem video gepostet also dieser clip kann man glaube ich ohne übertreibung sagen ist durchaus ein stück internet zeitgeschichte seit der gründung facebook 2004 dann youtube 2005 ging es wirklich mehr oder weniger jahr für jahr schlag auf schlag 2006 startete twitter mittlerweile ja als ex bekannt bei twitter und das ist vielleicht in europa denke ich mal gar nicht so bekannt so auch hier die allerersten beginne oder der allererste beginn da sehen sie einen screenshot das ist jack dorsey der account von jack dorsey ursprüngliche twitter gründer gründer just setting up my twitter war hier die erste meldung warum eigenartiger weise fragen sie mich nicht wieso in die twitter hieß zuerst auch tatsächlich also geschrieben ohne die vokale irgendwie gab es eine kurze phase in der online welt wo sehr hip war die vokale aus firmenamen wegzulassen hat sich dann bei twitter aber wieder relativ rasch geändert der durchschlagende erfolg der plattform vor allem in den usa hatte primär damit zu tun dass der mobilfunk mag sehr zumindest zu dieser zeit sehr anders strukturiert war in so gut wie allen europäischen ländern hatten wir bereits mitte der 90er jahre recht umfassende sms kontingente bei den mobilfunk verträgen mit dabei in den usa gab es das nicht sms zu versenden war zwar möglich aber eben je nach anbieter oder vertrag sehr sehr teuer und der grund warum twitter gleich von beginn an mit diesem 160 zeichen format startete war um das system interoperabel mit sms zu machen ganz simpel gesagt wenn sie ein handy mit mit internetzugang hatten und twitter installiert dann konnten sie darüber kostenlos sms empfangen und versenden nicht nur an twitter sondern eben tatsächlich auch an personen an eine mobilnummer das war sehr attraktiv und hat twitter in den ersten jahren natürlich immens geholfen außerdem bewährte sich dieses sehr kurze format wie gesagt zu beginn waren es 160 zeichen dann hat wieder mit längeren inhalten experimentiert hat sich sehr bewährt um ihn beispielsweise abgelegenen gegenden mit wenig oder oder schlechter mobilversorgung auch berichten zu können beziehungsweise generell für echtzeitliche kommunikation in den letzten jahren hat natürlich auch das wissen sie alle speziell in den letzten zwei jahren seit dem kauf dem einkauf durch elon musk und der umbenennung in ex hat twitter eine rasante talfahrt hingelegt sowohl was das werbevolumen betrifft sehr viele werbekunden sind abgesprungen als auch was die moderation der plattform betrifft und es hat nicht zuletzt dafür dazu geführt dass auch facebook quasi in der gunst der stunde eine twitter alternative gelauncht hat threads mit mit instagram verbunden quasi ausgehend wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen von der idee wenn elon musk schon wieder komplett ruiniert dann nutzen wir das und bieten den leuten die dieses format mögen eine eigene plattform an bisher mit wirklich bescheidenem erfolg 2007 startete dann ein service das oft das oft auch mitgenannt wird wenn wir über social media plattformen sprechen nämlich tumblr tumblr also auch noch hier das e weggelassen amerikanische internet seiten beziehungsweise amerikanische medienbehörden verstehen relativ wenig spaß wenn es um vor letter words also curse words geht auch im fernsehen riesen problem pack darf wenn überhaupt frühestens nach der watershed so nach 21 30 gesagt werden das gilt auch für die benennung von accounts fun effect am rande tumblr war da immer sehr lax und man konnte im prinzip ist ein micro blogging format so eine ein mittelding aus aus twitter und blogs man konnte da beliebige wörter für die benennung verwenden da gab es auch gab es und gibt es jede menge micro blogs mit namen wie fuck it is oder yeah yeah fuck it is jede menge blogs mit tag im namen auch das das hat in den usa tumblr zumindest am beginn irrsinnig stark weitergeholfen wir schreiben das jahr 2007 das ist so ein bisschen der turning point vom stationären desktop internet hin zur mobilen ubiquität also smartphone und damit dann auch social media immer in unserer tasche die erste ab die wirklich nach dem prinzip mobile first gebaut wurde ist instagram auch keine erfindung von facebook sondern von einem team zuerst begonnen und dann später gekauft rückblickend aber nachher ist natürlich immer schlauer instagram und whatsapp sicherlich mark zuckerbergs schlaueste einkäufe auch instagram startete ursprünglich nicht explizit als social media netzwerk sondern als alternative kamera app daher kommt auch der name sie kennen mittlerweile gibt es die ja als als retro gadgets wieder in den 70er jahren 80er jahren waren die kodak instamatic kameras sehr populär ist also vorbild kameras wo das bild rauskommt und sie müssen dann sie müssen es dann trocken schütteln und dann erscheint das bild sofort instagram deshalb war die idee war da kamen auch die filter her eine alternative kamera app zu schaffen die auch diesen typischen retro look retro charme dieser instant fotos einfangen sollte erst später dann ausgebaut zu einem vollständigen social media netzwerk man konnte von beginn an die fotos auf seinem profil teilen aber zuerst war tatsächlich nicht der newsfeed sondern eben diese kamera funktion im fokus 2010 launschte pinterest eine plattform die sehr stark im diy und in den usa interessanterweise auch im hochzeitsplanungsbereich verortet ist in europa überschaubare nutzerzahlen pinterest ist so etwas wie das digitale oder das social media pendant und daher auch auf der name pinterest zu einem großen pinboard das heißt sie können sich so eigene boards einrichten und dort dann entweder beiträge hochladen kurze videos oder fotos ist ein rein visuelles netzwerk oder sie können es auch quasi als notizfunktion nutzen und beiträge von webseiten dort hinbinden sehr beliebt wenn es darum geht inspiration zu finden sei es für die herbstdekoration oder für sonstige diy projekte kochen ja 2011 launch des netz von der nutzerinnen struktur her sicherlich die jüngste social media plattform und snapchat brachte dann eine weitere idee ins spiel ein weiteres social media element das von vielen plattformen kopiert wurde snapchat ist der erfinder des story formats dieser social media stories und das wesentliche ist jetzt nicht dass die im 1916 hochformat angezeigt werden sondern dass die eben ein automatisches ablaufdatum haben so wie im fall von snapchat nach 24 stunden wieder verschwinden außerdem legte snapchat von beginn an sehr großen wert auf eine art besonders sagen halb öffentlichkeit die der schwerpunkt der kommunikation die sichtbarkeit der postings da gehören natürlich auch die stories mit rein dazu spielt sich stärker im freundeskreis als in einer öffentlichkeit oder teilöffentlichkeit ab 2011 versuchte dann google eine zeitlang recht intensiv mit seinem projekt google plus ein eigenes im social media netzwerk zu zu lancieren also sie haben es nicht nur versucht sie haben es auch lanciert die nutzerzahlen gingen sofort auf die decke weil google einen trick wenn man so will angewendet hat die meisten von ihnen haben wahrscheinlich einen google account weil sie youtube account haben oder gmail nutzen und das ist ja sozusagen ein account für alle google services und google hat einfach allen nutzerinnen automatisch auch einen google plus account verpasst genutzt wurde das netzwerk aber nie sehr intensiv auch wenn es technisch einige sehr interessante features hatte solange es gab war es recht spannend weil die einzigen die dort wirklich recht aktiv waren waren google mitarbeiterinnen da konnte man ganz gut verfolgen was dort im unternehmen passiert aber wurde dann im oktober 2018 wegen erfolglosigkeit wieder geschlossen die plattform auf der sie mir gerade lauschen twitch startete 2011 als dedizierte video streaming plattform vor allem positioniert im bereich des games streaming und mittlerweile hat twitch auch sehr viele andere inhalte 20 bis 25 prozent aller twitch streams inklusive dieser vorlesung sind 2024 non gaming inhalte 2012 war dann das jahr in dem facebook instagram gekauft hat und auch twitter rüstete in diesem jahr auf mit 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 video features und akquirierte wein wein mit mit v ine und das war eine ja das war eigentlich die plattform die könnte man sagen den weg geebnet hat für tik tok und youtube shorts wein hat das erste social media service diese typischen kurzen clips mit ein paar sekunden populär gemacht und hatte auch diverse remix und und schnitt features wie man sie mittlerweile eben von tik tok und ko kennt unter dem erfolg von wein gab es dann eine ganze menge epigone so 2013 2014 das war so das zeitalter wie viele oder oder braucht die welt wirklich noch ein fünfzigstes kurz videoservice wie sie wissen hat sich der markt mittlerweile sehr stark konsolidiert 2014 startete tik tok allerdings nicht unter diesem namen sondern ursprünglich noch benannt als musical.ly also musically die hatten ist mir bis heute ein rätsel wie ihnen das gelungen ist weil das thema musikrecht ja immer ein schwieriges und schwieriges war denen gelang es recht früh mit den ganzen großen labels verträge abzuschließen und name musically deutet ja auch darauf hin war sehr attraktiv weil es die einzige plattform bei musik die einzige plattform einzige social media service war wo man eben legal mehr oder weniger die komplette aktuelle charts musik verwenden konnte mittlerweile immer noch einer ein wichtiger teil von tik tok wenngleich sich ja viele labels inzwischen nicht mehr mit diesen kleinbeträgen abspeisen lassen wollten wollen ja wurde dann umbenannt 2016 auf tik tok heben zu den heutigen namen und ist natürlich weil ja weil eben die die mutter company by dance in china sitzt gibt es inzwischen umfassende diskussionen in amerikanischen bundesstaaten aber auch auf nationaler ebene genauso wie in europäischen staaten wo es eigentlich im normalfall zumindest zumindest weit ich weiß in allen staaten verboten ist dass tik tok auf offiziellen regierungshandys installiert wird deswegen müssen dann die österreichischen ministerinnen die tik tok channels betreiben das auf einem zweiten privathandy tun können sich vorstellen wie ob das jetzt den datenschutz ad absurdum führt oder nicht wie auch immer der verdacht liegt da natürlich nahe dass tik tok gerne mal auch als spionage instrument für die chinesische regierung für den chinesischen staat eingesetzt wird so sehr dass durchaus schon mehrmals ein verbot im raum stand 2020 hatte dann ein neuer stern am social media himmel seine seine kurze glanzzeit clubhouse war das erste rein audio basierte format können sich vorstellen wie eine art live podcast launch in der sie ihren eigenen raum öffnen können und dort personen die das interessiert quasi etwas erzählen und um die personen die dazu hören anders als einen bot bei einem podcast können die dann eben auch auf die bühne geholt werden und sich am gespräch beteiligen war eine kurze zeit lang ziemlich großer hype bis dann andere plattformen das format kopiert haben mittlerweile spielen solche live audio events eine begrenzte durchaus noch eine rolle auf linkedin in den letzten vier jahren ist dann nicht mehr rasend viel passiert außer dass eben meta das vorhin erwähnte dass man sich als social media vortragen da schaut man sich solche services natürlich an ich habe da begonnen zu posten seit in österreich verfügbar war vor ein paar monaten oder so und ich glaube ich glaube ich glaube das interesse ist enden wollend daran aktuell ist die social media landschaft kann man sagen ziemlich konsolidiert auf ein paar große anbieter auf die sowie auf die genaueren verlauf der nutzerzahlen werden wir beim nächsten termin einen blick werfen und ich werde ihnen dann auch erklären wodurch sich jetzt im hinblick auf eine sozusagen tragfähige definition wodurch sich social media plattformen ganz konkret von anderen online services unterscheiden soviel zu einem kurzen geschichtlichen abriss vielleicht noch eines dazu ich persönlich finde es durchaus bemerkenswert dass in einem vergleichsweise kurzen zeitraum kommt es darauf an ob sie 1997 mit 6 degrees da ansetzen möchten oder eher 2001 mit friends da wie dem auch sei in einem zeitraum von plus minus 25 jahren sich eine medien gattung sehr stark etabliert hat natürlich haben wir unterschiede je nach dem alter der nutzergruppen es gibt allerdings auch bei den sogenannten silbersurfern nutzer 60 plus 65 plus ganz ganz geringen teil nur mal die internet services überhaupt nicht nutzen je jünger die nutzerinnen desto höher der anteil des social media zeitbudgets am gesamten medien nutzungsbudget teilweise 90 prozent und höher das ist natürlich schon ein gewaltiger wechsel der da innerhalb sehr sehr kurzer zeit passiert ist und Social media natürlich in der ursprünglichen idee ich richte mir mein profil ein ich vernetze mich dann mit den für mich relevanten personen und teile mit denen meine status updates spielt nach wie vor eine große rolle aber zugleich ist social media oder sind social media kanäle zu einem sehr sehr relevanten distributionskanal geworden ich habe letztes mal kurz mr beast angesprochen und das ist schon eine ganz interessante frage auch in ganz besonders natürlich in medienwissenschaftlicher hinsicht wie sich Synchron ist das falsche wort wie wie sich solche machtverhältnisse auch im hinblick auf die definitionsmacht über relevante news über fake news ausgestalten Natürlich sind jetzt auf facebook die nutzerinnen alle sozusagen gleichberechtigt und haben jetzt erst mal dieselben voraussetzungen werbung weglassen aber sobald große influenza gibt treten skalierungseffekte ein ich behaupte mal natürlich ist es nicht möglich dass sie jetzt abgesehen von von budgetären erwägungen dass sie einfach genau dasselbe video oder ein video in der art drehen wie es mr beast macht und sie laden das hoch dann werden sie natürlich niemals diese views haben weil ihnen eben die 100 millionen follower fehlen social media distributionssysteme das haben in den letzten jahren durchaus gesehen neigen dazu die sichtbarkeit überdurchschnittlich stark auf einige große populäre accounts zu konzentrieren man spricht häufig auch vom bubble effekt damit sind zwei sachen gemeint aber letztendlich die selbst verstärkende wirkung von social media sie klicken zwei dreimal auf das video eines bestimmten creators und sehen dann nur mehr sachen von dem überspitzt ausgedrückt das heißt auch in der in der ja aus eigeninteresse besteht eine der großen herausforderungen für die betreiber solcher plattformen natürlich darin ein gewisses gleichgewicht zu finden aus erwartbaren inhalten aber auch aus inhalten eben außerhalb ihrer babel und das ist auch ein ongoing project der grund warum die plattformen das tun ist natürlich nicht in erster linie wie ein staatliches fernsehen muss besser zu informieren um die welt zu verbessern sondern mit einem ganz klaren wirtschaftlichen impetus die möchten schlichtweg dass wir alle möglichst viel zeit auf diesen plattformen verbringen social media auch dazu im verlauf im verlauf des weiteren semesters noch mehr ist ja erst mal keine keine kein kostenpflichtige service sondern für die nutzerinnen im normalfall kostenlos und wird dann monetarisiert durch werbung die facebook und co uns anzeigen glaube es leicht einzusehen je mehr zeit der einzelne nutzer auf solchen plattformen verbringt desto mehr können die verdienen über die angezeigte werbung also ist sozusagen die haupt herausforderung für facebook und co wie bringen die uns dazu möglichst viel zeit dort zu verbringen und das hauptkriterium ist eben über personalisierte relevante inhalte ja soviel zum thema social media fahrir danke für die frage zum dem fort da gibt es jetzt keine folien dazu aber eine sehr umfassende text zusammenfassung beim nächsten mal mache ich folien das ist etwas zu viel text und timeline da eignet sich glaube ich ein pdf fast besser ja damit einen kleinen cut radikaler schwenk zu einem anderen thema ich möchte noch sozusagen ein paar kommentare zum thema visuelle kommunikation abgeben was ich ihnen ja zumindest schuldig bin denke ich so richtiges fenster auswählen ist eine kleine definition des forschungs felds visuelle kommunikation was ist das ich glaube dieses bild erklärt besser als vieles andere wir hatten ja vor in der sehr näheren vergangenheit zwei etwas mehr als zwei jahre mit sehr ungewöhnlichen gesellschaftspolitischen maßnahmen pandemie bedingt kommunikationswissenschaftlich ein hoch spannender kasus natürlich sowohl in sachen impfen impfung als auch in sachen personen möglichst dazu bewegen diese corona regeln einzuhalten gibt es auf der einen seite natürlich sanktionen sie wussten ja während der während der lockt da und zwar ist verboten das haus außer für den den arbeitsplatz außer für unbedingt notwendige besorgen zu verlassen gab kontrollen die polizei hätte sie strafen können und so weiter sind sanktionen aber die reichen natürlich nicht aus auf der anderen seite braucht auch begleitende kommunikation und dieses tischee das sie hier links sehen das ist ein echtes tischee nicht aus österreich sondern aus der impfkampagne der deutschen bundesregierung die zeichnerin und grafikerin nadine rosa das hat relativ große kreise gezogen hat das nebenstehende rechtes sujets als alternativvorschlag präsentiert sie sehen in diesem bildvergleich ganz deutlich überlegen sie sich wo so etwas präsentiert wird das könnte typischerweise etwas sein das in einem schaukasten als plakat zum beispiel in einer u-bahnstation hängt als anzeige in einer zeitung sie müssen bei der linken variante ganz schön viel lesen es ist unmöglich diese menge von text und die überschrift natürlich schon aber es ist unmöglich die ganze menge dieses textes quasi mit einem blick zu erfassen beim rechten bild da ist auch ein bisschen text drauf aber visuelle kommunikation passiert instantan textkommunikation passiert seriell überall dort natürlich eine sehr starke parallele zu social media überall dort wo wir information schnell scannen zum beispiel am weg in die u-bahn ist glaube ich vollkommen klar welche variante hier stärkeren impact in sachen änderung von motivation hat ein ebenso eindrückliches beispiel dass praktischerweise auch noch gleich klischees über deutschland und frankreich perpetuiert sehen die unterschiede auch das war ein sehr populäres name auf twitter hier olaf scholz mit der präsentation der impfkampagne unternehmen ein sujet aus frankreich der unterschied rechten das ist natürlich ein grundsatz der in der werbung kommunikation pr überall eine große rolle spielt zeigt das ergebnis alt aber trotzdem nach wie vor ein sehr sehr guter spruch von david o'gillby der der kunde kauft nicht die bohrmaschine sondern das loch in der wand was o'gillby damit meint ist was o'gillby damit meint ist jemand der jetzt sozusagen kein werkzeugnerd ist hat vielleicht irgendwann das problem ein bild aufhängen zu wollen dem ist es ziemlich egal welche drehzahl und so weiter die bohrmaschine hatte soll das problem lösen können könnte vielleicht noch einen schritt weiter gehen der kunde kauft nicht das loch in der wand sondern der kunde kauft das für ihn positive gefühl sein lieblingsbild hier hängen zu sehen sicherlich eine erwägung die bei dieser kampagne mit reinspielt aus dieser serie gibt es noch einige sujets mehr das ist genau dieses zeigt die ergebnisse her das sind lauter sujets der offiziellen französischen staatlichen impfkampagne sehr lifestyle betont ich glaube das zeigt sehr gut wo die stärken instantan erfassbarer visueller kommunikation liegen wir werden uns in der vorlesung mit folgenden drei themen befassen ich werde das wie gesagt immer ein wenig als querschnittsmaterie einbringen visuelle kommunikation spielt eine große rolle im alltag in der politischen kommunikation in der werbung fotojournalismus da denkt man vielleicht eher dran wir werden uns mit grundlagen und ansätzen da gibt es gar nicht so viele weil es ein neues forschungsfeld ist beschäftigen ich zeige ihnen ein paar methoden zur analyse von bildern und werden auch besprechen vor welchen herausforderungen die disziplin steht diese zwei bücher sind so ziemlich die einzigen zumindest auf deutsch die sich explizit mit unserem forschungsfeld beschäftigen zum einen von marion müller und stefanie geisse grundlagen der visuellen kommunikation und von katharina lobinger handbuch visuelle kommunikationsforschung im utb bzw im springer verlag gibt es auch beide in unserer bibliothek bzw auch über springer online wenn sie sich mit den theoretischen grundlagen genauer befassen wollen empfehle ich ihnen diese beiden bücher wenn sie sich ansehen möchten sozusagen anwendung in verschiedenen medienbereichen ist diese buchreihe visuelle kommunikation im halle im verlag sehr interessant die gibt es allerdings soweit ich weiß zumindest folgt semester gab es die noch nicht in der bibliothek wie bereits erwähnt visuelle kommunikationsforschung ist ein relativ junges forschungsfeld in den 90er jahren gab es ja diesen pictorial turn in der sozialwissenschaft in der philosophie allgemein falls sie den begriff noch nie gehört haben man bezeichnet damit eine summe von von entwicklungen es war letztendlich ein trend der sich parallel abgezeichnet hat in mehreren wissenschaftsgebieten kurz zusammengefasst stärkerer fokus von wissenschaftlern auf bildliche kommunikation weg vom reinen text oft bezeichnet als iconic turn also mehr wissenschaftliche aufmerksamkeit für visuelles kommunikationsforschung als forschungsfeld ist nicht viel älter als social media obwohl wir bilder natürlich schon sehr viel länger in der kommunikation verwenden ich habe anfangs schon angedroht dass ich noch mal auf den begriff rhizome zurückkomme typischerweise sagt man natürlich gelös und batterie poststrukturalistische postmoderne philosophen diese rhizome artige wurzelstruktur ist auch typisch für die methoden die man oder für den für den mix aus methoden den man hier verwendet visuelle kommunikationsforschung baut auf einem dezentralen netzwerk von theorien und disziplinen auf nicht auf einer sozusagen generellen theorie ist auch klar natürlich die analyse von bildern ist ja typischerweise keine kommunikationswissenschaftliche aufgabe da gibt es eine andere disziplin nämlich die kunstgeschichte selbstverständlich verwenden wir methoden aus der kunstgeschichte aber auch genauso aus der technischen bildanalyse das heißt das ist eine eigentlich eine sehr interdisziplinäre forschung es gibt quasi drei ebenen mit der man sich befassen kann das erste ist die analyse der produktion von bildern wie entstehen bilder da gibt es eine ganze reihe von rahmenbedingungen technische rahmenbedingungen ist zu einem bestimmten zeitpunkt in unserer kultur oder technikgeschichte bedeutete die erstellung von bildern dass ein menschlicher zeichner maler dieses bild eben erstellt ist also von erhöhen wand oder mit elaborierten ölfarben und irgendwann treten wir dann ins zeitalter der technischen bilder ein die ersten analogen fotoplatten später dann kleine transportable filme digital fotografie und neu mit dazugekommen im reichen vollkommen generativ erstellte bilder wie sie uns heute eben auf oder überall an allen ecken und enden beginnen begegnen inhalte für all diese bilder kann man natürlich analysieren wie werden die produziert welche einflüsse haben die technologischen rahmenbedingungen welche sonstigen einflüsse gibt es das zweite produktanalyse wie werden diese bilder in medialen artefakten in kontexten eingesetzt und der dritte bereich die wirkungsanalyse wie wirken bilder auf uns es gibt auch hier einen einen sehr bahnbrechenden visionär otto neurath österreicher ist erfinder der isotype der bildsprache der isotype der standardisierten symbolsprache wenn sie heute in irgendeiner tageszeitung seine infografik sehen die ihnen beispielsweise den heranungen anteil der arbeitslosen österreich zeigt und sie haben da zwei so reihen mit mit blauen und schwarzen maxall die nebeneinander stellen stilisierten das ist eben neurath beziehungsweise das ist dieser isotypen idee zur zeit der entstehung auch sehr stark geprägt von einem weiter verbreiteten an alphabetismus als heute also wie kann ich sozusagen informationen vermitteln an personen die nicht unbedingt über sehr hohe lesekompetenz verfügen wie wirken bilder im vergleich zu text auch dass ein sehr komplexes forschungsfeld sie wissen wirkungsforschung hat ganz unterschiedliche möglichkeiten eine breite palette von qualitativen tiefen interviews bis hin zu methoden die energetische aktivität in bestimmten hirnarealen messen kurz gesagt die die produktionsanalyse untersucht die entstehungsbedingungen von bildern stellt die fragen wie wann warum ist ein spezifisches bild entstanden die produktanalyse da geht es vor allem darum bilder inhaltlich zu analysieren was ist wie abgebildet der überwiegende teil des bereichs dort wo es um um die untersuchung von darstellung von stereotypen sexismen und so weiter auf bildern geht sind genau in diesem bereich angesiedelt das heißt das bild selbst ist das analyse objekt für uns und drittens schließlich die nutzungs rezeptions und wirkungsanalyse vergleichende studien wie welche wirkung haben bilder auf uns denken sie beispielsweise an den bereich der werbung in ganz österreich oder deutschland oder wo auch immer ein plakat das plakat zuerst mal produzieren zu lassen und dann im ganzen land zu affischieren kostet natürlich ordentlich geld da möchten sie auch die richtige wirkung erzielen deshalb erzielen deshalb häufig auch ein tracking studie wo schauen wir hin was welche emotionen löst das aus und wenn sie als erste beispiel denken mit der cobit impfung welche wirkung erzählt so ein bild das mit viel text wahrscheinlich eher war mühsam mag jetzt nicht lesen das andere viel unmittelbarer angelehnt am kommunikationsziel in der visuellen kommunikationsforschung unterscheidet man zwischen immateriellen bildern bilder die bei uns im kopf entstehen und materielle bilder natürlich und auch das war eigentlich etwas das erst mit dem iconic beziehungsweise pictorial gern sich stärker im gedächtnis im gehirn der forscher oder in der denkweise der forscher äußerte abbildungen sind immer technische konstruktionen und dem bild wenn ich jedem von ihnen dasselbe foto zeige das bild das wir tatsächlich unseren kopf sehen ist natürlich nicht nur von dem medialen artefakt abhängig sondern genauso von unserer erfahrung unserer vorgeschichte ja das ganz kurz für heute sozusagen als kleines anhängsel das ist visuelle kommunikationsforschung und damit bin ich heute auch schon am ende angelangt und entlasse sie wünsche ihnen einen schönen restlichen donnerstag gute woche wir sehen uns nächste woche wieder im stream aufzeichnung zusammenfassung und die erste übungsaufgabe folgen in kürze in moodle danke fürs dabei sein bis nächste woche